Freunde, während Deutschland geschlafen hat, gab es viele Informationen, viele News rund um Krypto. Wir haben Coinbase, wir haben Visa, wir haben Konsensus da draußen, wir haben Quant, wir haben Layer 2 Projekte und natürlich die besonders interessantesten Blockchains da draußen. Und wie immer lade ich dich herzlich ein zu diesem Video. Und wenn du noch nicht abonniert hast, gerne machen, gerne tun, supportet mich und auch meinen Kanal. Und teile dieses Video auch gerne mit anderen Interessierten weiter. Ich würde mal sagen, wir starten aber direkt mit dem Video aktuell 27.000 Dollar bemessen, Bitcoin. Denn Bitcoin performt gerade nicht wunderbar, darum geht es aber nicht, denn es geht darum. Denn diese Transaktion, die im ByTheWay mehrere Millionen von Dollar ausgemacht hat, hat insgesamt 5,22 Dollar gekostet. Eine Transaktion mit mehreren Millionen von Bitcoin, also im Wert von Dollar. Und das zeigt mir an dieser Stelle nochmal, dass Banken tatsächlich überflüssig geworden sind. Normalerweise, ja, grabben sich die Banken da immer ihre Prozente vom Volumen, sobald so eine Transaktion durchgeführt wird. Finde ich eine starke Sache. Kommen wir zu Visa. Visa hat ehrgeizige Krypto-Pläne. Das hat nämlich der Head of Crypto von Visa am Montag mit Kanke gegeben. ByTheWay, richtig cooler Titel. Head of Crypto, geil. Und das Unternehmen stellt nämlich auch kluge und pfiffige Köpfe ein, die rund um Blockchain, ja, und auch Stablecoins bewandert sind. Es geht darum, dass Blockchains und Stablecoins Zahlungen in den Mainstream gebracht werden sollen. Und ByTheWay, Visa, eine riesige Company und das dürfen wir so nicht unterschätzen. Coinbase, auch eine überaus interessante Entwicklung. Wir dürfen Coinbase nicht auf die leichte Schulter nehmen, Freunde, weil Coinbase ist nach, ja, Amerika, der, ich glaube, der größte Bitcoin-Holder oder der Bitcoin-Wahl sogar vor Micro-Strategy. Und deswegen ist es überaus wichtig, dass Coinbase, ja, ich sag mal, am Leben bleibt und nicht von der SEC, ja, komplett gepanischt wird. Und somit würde es nämlich einen Super-GAU auslösen. Und deswegen ist auch Coinbase überaus wichtig. In der Petition fordert Coinbase die SEC auf, insgesamt 50 konkrete Fragen zu den regulatorischen Bestimmungen Behandlung digitaler Assets zu beantworten. Und diese Petition richtet sich direkt an die SEC, um klarzustellen, wie sie jetzt eigentlich Token als Wertpapiere klassifizieren und wie wiederum nicht. Und das ist überaus wichtig, wird nämlich auch ein Nachspiel haben, finde ich stark im Auge behalten. Wir kommen zu Konsensus 2023, Freunde. Das wird nämlich richtig krass werden, denn im April 26, also morgen bis zum 28. April, findet die Konsensus statt. Und da wird nämlich zum einen, ich könnte dir das jetzt vorlesen, aber ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Es geht um das Scheitern des traditionellen Finanzwesens. Es geht um Bitcoin-Smart-Contracts, denn der CEO von Stax wird nämlich da sprechen. Wir haben auch den Gründer von Cosmos. Es wird also auch viel um Interoperabilität gehen. Wir haben auch Solanas neues Telefon-Saga. Wir haben auch den CEO von Circle, also dem Stilbecoin. Da wird es um Regulierung gehen. Wir haben auch Chainlink dabei. Da wird es um Blockchain des Oracles gehen. Und wir haben nämlich auch Berater von den Vereinigten Emiraten mit dabei. Da wird es um allgemein um Crypto-Hubs auch gehen. Und das finde ich eine starke Sache, denn da werden sicherlich die ein oder anderen neuesten Sachen diskutiert, besprochen. Generell der Weg zur Krypto geebnet. Und auf jeden Fall wird das ein ganz, ganz wichtiger Tag auch für Krypto werden, weil alle Welt dann auch auf Konsensus schauen wird. Kommen wir zu Quant. 109 Dollar bemessen. Freunde, irgendwie scheint der Deal hier nicht aufzugehen. Wann fällt das Ding einfach mal unter 100? Ich warte hier seit Wochen. Seit Wochen warte ich hier. Seit November ist das Ding nicht unter 100 gefallen. Ich weiß gar nicht, was da passiert oder was da los ist. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn ihr jetzt sagt, hey, wir wollen aber Gewinne mitnehmen. Aber in dem Punkt, ja, ist man glaube ich, wenn man ein paar Jahre in Krypto dabei ist, dann weiß man einfach, dass zu schnelles Wachstum, zu aggressives Wachstum niemals nachhaltig ist. Trotzdem dürfen wir aber nicht außer Acht lassen, was Quant eigentlich leistet. In diesem kleineren Interview erzählte nämlich auch nochmal Vardient darüber, dass auch ihre Plattform Overledger von Banken genutzt werden kann, um CBDCs Tests zu fahren und natürlich auch Tokenisierungen zu starten. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. CBDCs, Overledger haben wir schon sehr, sehr viel darüber diskutiert. Aber die Tokenisierung, das ist nämlich noch ein Punkt, was so ein bisschen zu schwach und zu wenig rübergekommen ist. Die Tokenisierung von Assets, also Real World Assets, ist meiner Meinung nach der größte nächste Hype, Freunde. Hier haben wir, das ist, glaube ich, die Boston Consulting Group, die Grafik gewesen. Hier haben wir nämlich die Entwicklung der einzelnen Tokenisierungen im Markt. Wir haben nämlich 2023 0,6 Trillionen Dollar und spätestens 2030 wird das Ganze auf 16,1 Trillionen, oh Gott, Trillionen Dollar eben auch betragen. Und das ist eine riesengroße Sache, Freunde. Deswegen dürfen wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn Tokenisierung wird das nächste große Ding werden, Freunde. Gucken wir auf den Layer 2 Markt. Warum ist eigentlich Arbitrum besser als Ethereum? Und da ist tatsächlich, das ist der Beweis, Freunde. Das ist der Beweis, Arbitrum ist besser als Ethereum. Weil einfach die TPS, also die Transaktion, der pro Sekunde bei Arbitrum 15 beträgt und auch die maximale am Tag, die mögliche TPS 31 beträgt. Und wir haben sogar, das ist auch eine richtig, richtig gute Sache, fast 4 Millionen mehr Transaktionen auf Arbitrum als auf Ethereum. Also es geht jetzt nicht darum, mit Ethereum klein zu sprechen, sondern es geht einfach nur darum, dass diese Werte eigentlich eine super, super gute Sache sind. Und da nochmal zeigen, dass Layer 2 funktioniert. Layer 2 will kein Ethereum-Killer sein, sondern in Hand, in Hand, in Koexistenz mit den einzelnen Chains eben auch leben. Das finde ich halt eine gute Sache. Bleiben wir bei dem Stichwort Chains. Das sind aktuell die heißesten Blockchains, die es auf dem Markt gibt. Gemessen nach den letzten 30 Tagen daily aktiven Adressen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Kennziffer. Wenn wir auf Blockchains übergehen und die auch für uns bewerten möchten, dann gehen wir oft nach daily aktiven Adressen an. Also wie viele am Tag aktive Adressen gibt es auf der Blockchain? Da ist gerade Starknet richtig, richtig gut dabei. Deswegen sollte man das immer am Auge behalten. Wir haben auch Layer 2, Arbitrum, Layer 2 Optimism, Avalanche, BNB, Cosmos. Also schade eigentlich. Irgendwie hätte ich da doch irgendwie einen Hedera-Hash-Graph oder sonst was da auch gesehen. Aber wir haben auch Base-Testnet. Mehr performt nicht gerade so, aber ist auch super frisch auf dem Markt. Gucken wir mal weiter. Wir haben gerade die Zeit für Bitcoin, Freunde. Kein Altcoin. Ich sage es nochmal. Also jeder, der jetzt sagt, wir sind in einer Altcoin-Season, das stimmt nicht. Wir sind nicht in einer Altcoin-Season, wir sind in einer Bitcoin-Season. Bitcoin wird erstmal performen. Freunde, wichtig. Wir hatten das letzte Mal diesen Wert von 8 tatsächlich am August, 13. August 2021. 2021, also vor zwei Jahren erhalten. Vor zwei Jahren waren wir Stand, wenn es wirklich auf die Bitcoin-Preisberechnung geht, waren wir bei dem 13. August 2021. Und da haben wir gesehen, wie schnell es dann zu einer Altcoin-Rallye übergegangen ist. Und wieder in eine Bitcoin-Rallye und dann wieder hinüber zu einer Altcoin-Rallye. Das war, glaube ich, der Peak von vielen Altcoins, wo auch wirklich gute Gewinne gemacht worden sind. Und deswegen, Leute, habt Geduld. Es wird alles kommen. Es wird alles möglich sein. Und bis dahin müssen wir uns natürlich auch weiterbilden, wenn es um Blockchain geht. Wenn es um Möglichkeiten geht, um Gewinne mit Namen zu realisieren. Auch das ist natürlich eine große Kunst. Wir sind gerade voll im Plan. Es sieht alles gut aus. Wir haben natürlich, was nicht gut aussieht, die Short-Long-Ratio ist negativ. Viele Leute gehen Short. Viele Leute Shorten den Markt. Es liegt aber daran, dass auch viele Möglichkeiten da sind, wenn wir jetzt sehen, dass Bitcoin, Ethereum oder auch Arbitrum krass gesunken sind. Dann versuchen die einzelnen Future-Händler da noch den Gnadenschuss zu geben. Und dementsprechend auch ihre einzelnen Wetten nochmal oben drauf zu platzieren, damit sie auch aus dem Leid des Marktes auch Profit schlagen können. Das ist aber ganz normal und gang und gäbe. Wie ist eigentlich deine Meinung zum Markt? Wie siehst du eigentlich den Kryptomarkt? Bist du auch der Meinung, hey, lieber Bärenmarkt über Jahre hinweg und dann günstig einkaufen, als jetzt 1000% Gewinne? Diese Frage möchte ich gerne euch weitergeben. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Spannende Sachen. Ich werde auch wieder mal ein AirDrop-Video machen. Die sind halt super aufwendig. Deswegen erstmal nur die News. Aber es kommt auf jeden Fall noch was rüber. Ich bedanke mich. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.